Hast du nicht gesagt, dass alles besser wird, wenn wir zusammenziehen? Wir sollten Kinder kriegen, raus aus der Mietswohnung und rein in das Eigenheim. Haben uns ein Haus gekauft und zahlen in die Rente ein. Der Boden aus Parkett, man sieht zwar jeden Fleck, haben fünf Zimmer, doch die Kinder liegen quer im Bett. Der Hund muss auch noch raus, wer räumt die Bude auf? Ich bin nicht schlecht gelaunt, ich muss einfach nur mal raus. Sagst du nichts mehr? Kriegst du nicht mein Herz? Räum deine Sachen selber weg, ich mach hier nichts mehr. Ich halte es nicht aus, ich muss hier mal raus und schlafe im Motel und buch nen Late Checkout. Sagst du nichts mehr? Kriegst du nicht mein Herz? Räum deine Sachen selber weg, ich mach hier nichts mehr. Ich halte es nicht aus, ich muss hier mal raus und schlafe im Motel und buch nen Late Checkout. Immer das ständige Drama, suche mir bald einen Psychiater. Sag mir, glaubst du auch an Karma? Wieso gibt es Wäsche, wenn wir gar nicht da waren? Warum ist der Müll wieder voll? Fernsehen muss Minimum 80 Zoll. Den neuesten Thermomix muss ich haben, doch weiß leider nicht, was ich kochen soll. Der Boden aus Parkett, man sieht zwar jeden Fleck, haben fünf Zimmer, doch die Kinder liegen quer im Bett. Der Hund muss auch noch raus, wer räumt die Bude auf, ich bin nicht schlecht gelaunt, ich muss einfach nur mal raus. Sagst du nichts mehr? Kriegst du nicht mein Herz? Räum deine Sachen selber weg, ich mach hier nichts mehr. Ich halte es nicht aus, ich muss hier mal raus und schlafe im Motel und buch nen Late Checkout. Sagst du nichts mehr? Kriegst du nicht mein Herz? Räum deine Sachen selber weg, ich mach hier nichts mehr. Ich halte es nicht aus, ich muss hier mal raus und schlafe im Motel und buch nen Late Checkout. Late Checkout.